Cyberport präsentiert die Smartphone- und Tablettaschen von Stilgut. Diese Schutzhüllen richten sich vor allem an stilbewusste Kunden und Geschäftsleute. Egal ob für Android- oder iOS-Geräte, die hochwertigen Taschen von Stilgut bestechen nicht nur durch Optik und Qualität. Stilgut bietet seinen Kunden sowohl Schutzhüllen für Smartphones als auch für Tablets an. Im Sortiment sind dabei vor allem die Geräte von Apple, Samsung, Sony, HTC und Nokia zu finden. Allen Taschen gemeinsam ist die passgenaue Form, feinstes Echtleder und filigrane Handarbeit. Sie erwerben damit ein tadellos verarbeitetes und absolut hochwertiges Produkt, das für eine lange Haltbarkeit steht. Natürlich wird Ihr Smartphone oder Tablet auch effektiv geschützt. Sämtliche Tasten und Steckplätze sind dabei freigestellt und jederzeit problemlos nutzbar. Auch in Bezug auf die Touchscreen-Oberfläche ergeben sich keinerlei Einschränkungen. Zu guter Letzt bietet Ihnen jede Schutzhülle auch nützliche Features. Für die Smartphone-Cases gibt es beispielsweise integrierte Taschen für Kredit- oder Ausweiskarten und Ihre Tablets können Sie mittels der Schutzhülle auch ganz einfach stabil aufstellen. Hochwertiger Schutz im stilsicheren Design – das gibt es nur bei den Smartphone- und Tablet-Taschen von Stilgut. das gibt es nur bei den Smartphone-Cases mit Stilgut. Zu einem großen Beispiel in bezug auf von Stilgutem